So, Bosteim. Wir kämpfen jetzt gegen... Klein. Der hat bestimmt einen Fernkämpfer oder so. Hilfe! Das Biest hat mich erwischt! Es will mich fressen! Hilfe! Bitte! Ja, okay. Hilf du mir wenigstens auch. Wau, 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 wau. Da fühlt es sich also an, wenn man verdaut wird. Hier, saug dir das ein. Le Sack. Ha, ha, ha. Hilfe! Ja, toll. Geh mal beiseite, Mann. Ja, schnapp sie dir die Bombe. Rottel. Uah. Du bist hier. Oh, mir hat er mich wieder gefressen. Kacke. Das ist ganz schön in sich, der Junge. Komm, iss die Bombe. Wau, 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 wau. Klein. Nein, nein, nicht klein. Nein, nein, nein. Boah. Hier. Welter Penner. Na gut, geht mal. Oh, okay, da habe ich mich wieder gefressen. Eine Höllenbrut hier, oder was? Nein, Klein, komm weg. Ich glaube, ich muss mich gleich mal heilen. Nein, Klein, nicht da rein. Auch einfach nur nicht hingehen, ich doofkopf. Ich warte einfach hier. Irgendwann hört er schon wieder auf. Hoffentlich. Hallo? Hallo? Super, er hört erst auf, wenn er einen frisst. Großartig. Mist, Sack. So, okay. Okay, ähm. Probier mal die Erdschriftrolle aus. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, ne? Oh, habe ich. Gut. Hat ihm irgendwie ein bisschen was wehgetan? Nein, 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 nein. Komm schon. Hier. Komm, du Lutscher. Ah. Das ist gar nicht so einfach. Zumal das Blöde ist, wenn er den die ganze Zeit frisst, der kriegt ja wahrscheinlich auch Schaden. Toll. Er weiß, wie viel mal er ihn essen kann. Ach, ich kriege dadurch Schaden. Ach so. Okay, ja gut, macht Sinn. Kann ich ihn leider nicht wegschieben. Ach. Okay, die Viecher wieder. Boah, ey. Okay. Alandra. Alandra, ich bin Septimus. Ich bete, dass du mich hören kannst. Klein windet sich vor Schmerzen und schreit so furchtbar. Du musst seinen Traum sofort verlassen. Was? Ich habe das Viecher aber noch nicht besiegt. Was ist los? Es ist genau, wie ich vermutet habe. Klein ist... Was zum... Was ist los mit Klein? Klein. Oh, lieber Gott. Er verändert sich. Oh. Er greift an. Lauf. Er hat zu viel Schaden bekommen wahrscheinlich. Er ist zum Wehrwolf mutiert. Oh. Aber tagsüber? Okay. Weide Seele. Schreit. Sie schreit nach Alandra's warmen Blut. Nee. Ja, ja, ja. Komm du nur her, du. Böses Hundi. Aus Hundi. Hilf mir doch mal. Komm, Hundi. Böses Hundi. Speckst du dich im Gras? Komm. 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 Höhöhöh. Super. Tolle Technik. Vivi. Ja, komm Vivi. Komm. Vorsicht. Es wird etwas passieren. Klein hat die Kontrolle über sich verloren. Valdi geht auch. Ja, Valdi passt jetzt auch gerade sehr gut. Oh. Ich glaube, er macht gleich. Bam. Ist er tot? Oh nein. Klein. Klein. Oh, in Frieden, mein Freund. Wir werden dich als Opfer dieser teufelischen Plage in Erinnerung halten. Ich hab's versucht. Klein war so stark. Wenn ihm das passieren kann, kann es jedem von uns passieren. Wollt ihr jetzt alle mal reden? Wollt ihr jetzt alle mal reden? Schade, 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 schade. Klein wurde durch seinen Albtraum in einen blutrünstigen Wehrwolf verwandelt. Er verlor sein Leben an das Böse, das seinen Körper in Besitz genommen hatte. Ein Dorfbewohner nach dem anderen musste sterben. Noch besorgniserregender ist, dass Maya immer noch von dem mächtigen Bösen spricht, von dem alles ausgeht. Schade, 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 schade. Schade, schade. noch. Ich melde mich nächste Woche. Macht's gut, ihr zwei. Ja, danke, danke. Ich wünsche eine wunderschöne gute Nacht und ein wunderschönes Wochenende, Herr Puls. Ich, äh, demnächst. Tschüss. Ganz viel Wink. Der ist fast so wie Kleins. Er schießt nur etwas weiter. Nichts Wildes. Versuch's mal, Edandra. Du wirst begeistert sein. Auf jeden Fall wirst du ihn brauchen. Verstehst du, was ich meine? Ja, warum schreist du das denn so? Den Jagdbogen erhalten. Ja, tschüss. Macht's gut hier. Zum nächsten Mal. So, wir haben den Jagdbogen. So, ähm, erzähl mal was da drüber. Warst du schon beim Sumpf südöstlich von hier? Ich hab schon gelesen, stumpf. Warst du schon beim Sumpf südöstlich von hier, Landra? Dort soll eine riesige Echse leben. Und wenn uns die Murk angreifen könnte, wenn uns die Murk angreifen können, können die Echsen das auch. Okay. Äh, Echsen klatschen. Echsen. Echse. Eine Echse. Ja, ich möchte den Spielstand unbedingt speichern. Sehr, sehr gerne sogar. Bekart wird überprüft. So. Einmal gesaved. Oh, wir sind bei elf Stunden. Na ja, sagen wir mal. So, mal so mal um elfeinhalb Stunden. Aber es kommt nicht hin. Das kommt zeittechnisch doch gar nicht hin. Zeittechnisch. Zeittechnisch. Eine Güte. Das ist jetzt Stream Nummer sechs oder sieben. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Es könnte die sieben sein. Ähm, und das heißt, wir wären ja bei vierzehn Stunden schon ungefähr. Naja, ist egal. Ist wurscht. So, ähm, soll ich mit euch reden? Das ist jetzt gar nicht. Denk dran, dass du mal gespielt hast und dann gestorben bist, ohne den Fortschritt zu speichern. Das stimmt. Ja, du sagst es. Hey, Bauer! Benutz deine Macht und lass Maya sich in dich verlieben. Sie mich... Nochmal. Hey, Bauer! Benutz deine Macht und lass Maya sich in mich verlieben. Als ich sie gefragt habe, ob sie meine Freundin sein will, hat sie mich eine kleine Ratte genannt. Offensichtlich kennt sie dich noch nicht. Du Ratte! Loch. Warte. Ich kann nicht schlafen, wenn ich weiß, dass der Teufel nur drauf wartet, meinen Körper zu bekommen. Hey, Alondra! Meine Mutter will, dass ich nicht träume. Werde... Werde ich sterben, wenn ich es tue? Was denn ich? Hier kommt auf Ideen? Hallo. Äh, ich glaube, ich nehme etwas Urlaub von diesem Dorf. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, weil ich gehe mal davon aus, dass hier alle auf Flucht sind. Das ist auch nicht so toll. Hallo, Muttchen. Willst du etwas über dein Glückwissenerlöser? Ja, möchte ich. Ich möchte wissen, wo ich hin muss. Oh, jetzt kann ich es sehen. Dein Weg ist in meiner Kristallkugel zu erkennen. Die Kugel zeigt mir das schubbige Gesicht eines Furchtmann-Bestier. Also muss ich da doch dahin? Willst du noch mehr Wissenerlöser? Meine Weisheit kostet dich nur eine Kleinigkeit von 15 Gulden. Okay? Also rechts unten, meine sie, glaube ich. Dein Weg leuchtet hell in der Kristallkugel. In der Kristallkugel. Was war das denn jetzt gerade? Ah, wir müssen nach da unten. Das heißt, einmal aus dem Dorf raus und nach rechts unten. Okay. Gut. Etwas Wichtiges ist im Teich. Südöstlich von hier versteckt. Okay. Danke, Muttchen. So. Die Dunkelheit breitet sich vor deinen Augen aus, aber in deinem Herzen scheint das Licht und du gehst ohne Furcht weiter. Dankeschön, Mutti. Die Werk- und Zauberkraft sind wieder voll aufgeladen. Danke. Wenn du nicht verirrst, komm hierher zurück und die Kristallkugel wird dir den richtigen Weg zeigen. Ich glaube, ich habe sie anders gesprochen. Aber ich muss das unbedingt mal üben, ähm, ältere Frauen zu reden, also Omis. Um nicht zu sagen, Omis. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man die spricht. Ja, ja. Es ist alles nicht ganz einfach. Früher, früher war das alles einfach. Aber ich weiß nicht, vielleicht mal so eine alte Oma, ich habe keine Ahnung. So. Alte Omas reden immer von früher, ne? Das ist, äh, also nicht nur alte Omas, Omas im Eigenheimen. Reden immer von früher. Früher war alles einfacher. Früher waren die Gummistiefel noch aus Holz gewesen. Das andere sage ich jetzt nicht, was man früher auch noch gesagt hat. Ist egal. Äh, so. Oh, wir machen das mal hier ein bisschen Gras kaputt. Aber ich habe ja eh alle volle Hilfe. Brauche ich das ja gar nicht. Gerade überlegt, ich brauche wieder volle Hilfe. Aber ich brauche sie ja nicht. Sie sind ja voll. Warte mal. Bin ich den... Bin ich doch gar nicht richtig. Ich muss doch nach unten. Ich muss doch nach da unten. Da unten ist diese Echse. Echse. Die Echse. Komm ich jetzt nach da unten? Hier lang. Hier lang. Oh. Dem. Einmal hier draußen drum rumlaufen. So. Und jetzt sind wir im Sumpf. Dünpf. Ja, ja, ja. Mach du nur deine Dinge. Das ist alles vollkommen okay. Jetzt kann ich auch hier die Kiste öffnen, ne? Ist da noch ein Falke drin, ne? Jawolligen. Einen goldenen Falken erhalten. Das reimt sich fast. Oh, nur fast. Wer bist du denn? Da sind wieder die Typen, die so fett Schaden machen, ne? Komm her, du Sack. Oh, ey. Au. Jetzt habe ich mich von meiner eigenen Bombe treffen lassen. Ich bin auch so voll der Held, ey. Komm auf hier, du. Blöder Hund. Aua. So, wieder einer weniger. Hoch. Hünter. Kommt doch her, du. Aua. Okay, schubst ich in dieses Loch da unten rein. Da muss ich eventuell hin, ne? In das Loch. Kann das sein? Hier leuchtet was grün. Was grün leuchtet und das grün. Hm. Ups. Da ist noch eine Kiste. Hier ist aber ein Falke drin, oder? Oh. Ein Krafttrank. Sehr gut, sehr gut. Wir haben einen Krafttrank. So. Hier ist noch was. Da ist noch was. Und hier ist die Stadt. Hä? Hä? Ja, nun. Ich kann sie mir nicht angucken. Ich kann wahrscheinlich nur unten in die Höhle jetzt rein. Eventuell ist sie sogar recht mit dem Loch. Ja, habe ich sogar. Ich gehe da gleich rein. Aber ich muss noch gerade noch mal ein bisschen Rasen mähen. Weil in der Hoffnung, dass hier noch mal irgendwo Health sind. Weil die Viecher mir nämlich jetzt gerade ganz gut zugesetzt haben. Ich glaube, unten konnten wir doch jetzt schwimmen, ne? Unten war doch Wasser. Wo wir das einmal nicht reingekommen sind. Beziehungsweise sind schon reingekommen. Aber konnten da nicht schwimmen. So. Ah, das sieht gut aus. So. Gleich haben wir voll. Aber ich glaube, ich finde jetzt hier nicht mehr genügend für voll. Hier. Ich glaube, jetzt ist es voll, ne? Ah, hier ist noch ein bisschen Geld mit bei. So. Der Rasenmäher, Mann. So. So. Okay. Das haben wir. Na gut. Dann begeben wir uns mal in die Tiefen der Eidechsenhöhle. Echsenhöhle. Echsen. Oder Reptilienhöhle. Genau. Die Reptilienhöhle war es. Na gut. Versuch was wert. Hey. Schau mal. Blödes Vieh. Ich habe dich gesehen hier unten. Gott, wie viele sind denn hier? So. Wieder einer weniger. So. Zwei gleich. Gut, dass man die Knarre aufladen kann. Am wenigsten nicht mehr Damage. Beziehungsweise kriegt die Viecher mit einmal platt. Ah. Wieder zwei. Wunderbar. Wieder zwei. Uh. Da. Da ist nicht aufgeladen. Mist. Ich glaube, hier unten ist auch noch irgendwo eine. Die sehe ich nur gerade nicht. Was ist das? Was ist das? Oh, hier müsst ihr jetzt... Ja. Ah, hier. Geht doch da raus. Hallo? Geht doch raus. Oh. Mehr. Nein, dann halt nicht. So. Hier ist eine Kiste. Was ist da drin? Ein Heilkraut. Sehr schön. Das klingt gut. Nehme ich mit. Okay. Hier kommen wir jetzt raus. Plopp. Und hier können wir uns jetzt nach... Da teleportionieren. Hier werden wir einmal geheilt. Uh. Automatischer Heal. Auto-Heal. Finde ich sehr gut. Gefällt mir außerordentlich gut. Und hier ist... Hier komme ich doch nicht weiter. Hä? Hier ist auf jeden Fall ein dicker Gegner drin. Aber ich komme hier nicht weiter. Muss ich... Soll ich die Waffe wechseln? Äh... Ich muss doch jetzt irgendwie diese Tür da aufmachen. Wahrscheinlich. Aber... Hä? Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hier ist doch nichts. Oben ging es aber auch nicht weiter. Oder? Oben ging doch gar kein Weg weiter. Wie komme ich denn da bitte weiter? Hier ist doch nichts. Äh... 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 Mich ärgern die Rätsel nicht. Nein, ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Geht es doch gar nicht weiter. Hier ist doch... Das sind doch einfach nur diese Dinger. Das ist hier des Heil-Dingens. Hä? Hier ist nichts. Hier ist kein Schalter und gar nichts. Was muss ich hier machen? Komme ich überhaupt schon... Da rein? Aber ich muss doch da rein. Die sagte doch irgendwas von da. Du musst da rein. Aber es... Ich habe da jetzt nur die... Ich habe da jetzt nichts übersehen, oder? Hä? Ich habe nichts übersehen. Oder? Ist nichts weiter. Die ganze Viecher habe ich gerade umgebracht eben, Alter. Oder? Ne, habe ich nicht. Ich bringe sie nochmal alle um. Oh, ja, ja, ja. Da sind mal alle wach. Na, jetzt hat er es nicht aufgeladen. Mit Ding. Wahrscheinlich muss ich wirklich alle umbringen. Wäre nicht so... Aua. Das erste Mal. Oh. Habt ihr kein Zuhause, ihr Penner? Mal auf da. Ich habe noch vier. Zwei. Oh. Da war noch einer. Ich bin sehr kalt. Okay. Da muss ich nicht gelangen. Okay. Es hätte ja sein können, dass wenn ich alle Viecher umbringe, irgendwas passiert. Aber okay. Hm. Aber wenn ich zurückgehe, das bringt mir... Okay. Vielen Dank.